jollo und willkommen wieder auf meinem zweiten kanal alpha kevin an karte stimmt es ist ja nicht mehr in kev schon wieder weiß ich nicht mehr ja auf alpha kevin an karte heute zu einer neuen reaction zu meiner morsel es wird sich jedes mal im stream gewünscht dass ich mir unbedingt youtube kacke reinziehen soll diesmal werde ich hier gleich machen ich werde einfach darauf reagieren mal schauen wie es wird und ja ich bin auf jeden fall gespannt was er damit meint mit memes 2 was da alles für mich dabei sind christian solmack ist am start auf jeden fall hier joko ist das eigentlich joko da klar ich glaube es ist joko und domme jetzt bin ich gespannt was das so farse ist und ja mims 2 hat 24.000 aufrufe schon eine minute 40 das heißt es wird nicht so eine extrem lange reaktion auf jeden fall okay meiner mensch okay so lange ist artikel 3 sicher hallo ich bin christian sormeke rechtsanwalt und partner der kölner medienrechtskanzlei wilde boy wie findet man denn so einen typen da kannst du da aufhören man Oh Junge ist pessoa ellen Warte, 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 ich bin Christian Solmecke von der Medienkanzlei, wilde Boi. Ich bin Christian Solmecke und ich habe gepupst. Oh Mann, Killer, Killer. Jo, da will ich eine YouTube-Kage drüber machen. Habe gehört, dass ich damit das so cool finde. Aber das würde hier echt gut passen. Nein, mein Einverständnis hast du dazu nicht. Mal sehen, wie der juristische Konfront darauf ausgeht, wenn du es zuest. Sie schreibt dann wirklich drunter Dominik Grigori. Mann, komm schon. Kann ich jetzt ein bisschen Ligma draus machen. Sie hat nicht geantwortet. Aber armes Deutschland war ein armes Deutschland. Ausgerechnet bei Domme, ne? Domme ist doch eigentlich Killer, was das angeht. Ja, nein, nein, nein. Ich. YouTube-Kacke is a crime. Das hat sie wirklich drinstehen. Wie geil ist das denn? Ich wusste noch nicht mehr, dass sie jetzt wirklich so einen YouTube-Kanal hat mit über 700 Abonnenten. Aber okay, und auf Instagram bewirbt sich das Ganze auch. Ist in Ordnung. Ja, aber man muss schlichtweg sagen, das ist ein stabiles Meme-Video. Grüße gehen auch raus an Badinger, der das auch gerne macht. Sehr stabil. Also wilde Boy ist mir jetzt in Erinnerung geblieben. Stabiler Dude. Kann man einfach nichts dazu sagen. Sehr, sehr schade. Also Domme-Videos wäre natürlich nice, weil es hat immer sehr viel Spaß gemacht, die anzuschauen. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung zu meiner Mosel in die Kommentare. Ich habe ihn noch gar nicht abonniert, merke ich gerade. Es wird auf jeden Fall Zeit, ihn zu abonnieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Ständig schnell ans Wänchen, euer Alpha Kevin und ciao.